Neu, ich stand da und hatte Bock, ja, nach einem zu rauchen. Er lag rum und hatte Lust, sich zu berauschen. Doch dann kam er und wurde ihm wieder klar, dass er kein junger Mann ist. Und manche albernheiten längste Vergangenheit sind, ich sag euch eins, ja. Neu, ich stand da und hatte Bock, ja, nach einem zu rauchen. Er lag rum und hatte Lust, sich zu berauschen. Doch dann wurde ihm wieder klar, dass er kein junger Mann ist. Und manche albernheiten längst Vergangenheit sind. Und manche albernieren gehen, weil ich wir deutlich erreden müssen. Das war's. Das war's. Das ist wichtig, wir spielen nicht nur deutsche Sachen. Mir war es immer wichtig, auf englische Popsongs zu schreiben, denn wir wollen natürlich den großen Englisch-Plan auch am Ohren. Okay, clap your hands, come on. I don't understand, I don't understand, she makes no friends. Das ist meine Aufgabe, super. Das ist meine Aufgabe, super. So schaut's doch aus. I don't understand, she makes sense, she makes it no friends. I don't understand, I don't understand, I don't understand, she makes no friends. Mit der Startnummer 8 heute, Katja und Frank. Dankeschön, vielen Dank. 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 Vielen Dank.